Ja, grüßt euch, Buam. Heute soll es um das Thema gehen, dass die Nice Guys am Ende eigentlich doch gewinnen. Denn wie heißt es im Englischen? Nice Guys Finish Last. Kommt halt nur darauf an, was man hier in dem Kontext als Gewinnen bezeichnet. Denn man sieht diese Dynamik, wenn man die Dating-Welt anschaut, schon irgendwo, dass er das Beste zum Schluss kommt, weil ja meistens die Beta-Blue-Pill oder halt die Nice Guys per se halt dann oftmals die Frauen kriegen, wenn sie dann bereit sind für die Langzeitgeschichten ab 30 ungefähr, wie wir es ja vom Thomasi-Grafen kennen. Und diesbezüglich habe ich euch auch eine Geschichte mitgebracht, die sehr interessant ist und das nochmal verdeutlicht. Und damit kommen wir doch mal rein. Mein Name ist Marc, bin 38 Jahre alt und wohne am Rande einer Großstadt. Zuerst einmal möchte ich mich bei dir bedanken und deinen unermüdlichen Einsatz für junge Männer durch die Red Pill wieder auf einen Pfad der Selbstbestimmtheit zu führen, der ihnen durch den Feminismus auf das Schlimmste verschlossen wurde. Ja, merci, mache ich gern. Ich selbst habe damals mit Mitte 20 die Zeit der Pick-Up-Artists mitgemacht und kann wirklich alle Red Pill Mantras, die man so in den Foren oder auf deinem Kanal präsentiert bekommt, mehr oder weniger fast alle unterschreiben und mit meinen Erfahrungen untermauern. Und das ist ja auch immer so interessant, wenn du wirklich draußen im Feld warst und so diese Referenzerfahrungen hast, wo du die ganzen Red Pill Truth Bombs dann damit verknüpfen kannst, dann bist du automatisch viel mehr auch drin. Und gerade dieses Thema hier mit der strategischen Partnerwahl, wie wir jetzt dann gleich sehen, löst ja dann oftmals bei den Uneingeweihten dann diesen heftigen, ja, Zorn dann auch aus. Aber man muss es eben verstehen, weil dadurch eben einige schlechte Ereignisse, die vielen dann auch zustößen können, vermeiden kann. Ich schreibe dir deshalb, weil ich einen Fall hätte, den du deinen Zuschauern präsentieren könntest und dieser auf ziemlich heftige Art gewissermaßen ein Augenöffner ist. Dieses würde deinen Zuschauern viel über die weibliche Psyche im Allgemeinen, aber auch über weibliche Manipulation, Narzissmus bzw. Selbstbezogenheit, nachträgliches Rationalisieren und vor allem den für Frauen typischen Imagewechsel ab circa 25 bis 30 Jahren. Das sehen wir ja auch im Tomassi-Buch, wo er das sehr schön hier auch als Faustregel aufgezeichnet hat. Ja, in den jungen Jahren hier, 20, 25 sind ja sogenannte Partyjahre am Laufen, wo sie primär halt nur kurzzeitigen Spaß mit dem sexy Barkeeper und auf der Schaumparty was anfangen. Weil hier das automatisch unbewusste Programm der Hypergamie eben die Kurzzeitpaarung präferiert und da kommen halt dann meistens diese Mr. Sexys mit den guten Genen, die dann öfters auch mal die Single-Mutter erzeugen. Und später kommt dann erst der Beta-Versorger, wenn dann hier Richtung Erleuchtungsphase oder auch Wall, wie es heißt, wo sie dann plötzlich merken, jetzt hat es Zeit, wo ist er? Oder im Englischen gibt es so einen schönen Begriff, das heißt Baby-Rabies, wo sie dann schnell, 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 die merken ja, dass die Uhr tickt auch. Und da kommt es dann oftmals zu diesem Switch in der Strategie. Wie er ja auch schreibt, wenn die Wall so langsam immer näher rückt, erklären. Und das ist ja genau diese Dynamik. Auch nochmal die Betonung, dass jener Fall eine extreme Form der Mechanismen darstellt. Normale Frauen würden das in dieser Form so nicht ausleben. Allerdings sind die Tendenzen unübersehbar. Und das ist ja genau das, was man lernen muss. Wenn man hier die Red Pill zum ersten Mal liest, neigen viele oft dazu, zu nicht alle Polizei anzugehören, weil das ja auch kognitive Dissonanzen schafft. Und da versucht man dann eben, ja, durch diese Ausreißer oder Anekdoten, ja, der Postbote bei dem war es anders, hier dieses neue Weltbild, was näher an der Realität ist, abzulehnen. Aber das ist dann meistens nicht so zielführend, weil man muss die Realität so sehen, wie sie wirklich ist und nicht durch die Illusion, wie man sie gerne hätte. Wenn Interesse besteht, dann lies doch das Ding hier durch. Dabei geht es aber nicht um mich, sondern um zwei ehemalige College-Studenten aus Texas, die in ihren jungen Jahren im Jahr 2011, beide damals 18, eine der größten Red Flags veranstaltet haben und trotz dieser heute im Jahr 2021 beide eine Art Bilderbuchleben führen. Also los geht's. Girls Do Pron war eine der bis zum Jahr 2018 größten und von den Zahlen her beliebtesten Pron-Seiten weltweit. Warum das? Weil die Betreiber junge College-Studentinnen mit für die Branche recht unüblichen hohen Summen zum Bunga vor der Kamera überredet haben. Alter 18 bis 22 und das typische College-Girl-Next-Door. Zwei der Mädels, Künstlername Melissa und Holly, zwei College-Freundinnen, haben in insgesamt drei der Episoden für ihre Verhältnisse viel Geld mitgespielt. Von der Action war auch alles dabei, was man sich nur vorstellen kann. Arschgaudi, Spielzeuge, Threesome etc. Also richtig heftiges Zeugs, absolut keinerlei Schamgefühl und eine Egozentrik mit 18 Jahren, die einem die Zehennägel hochrollen lässt. In diesem Alter haben Frauen auch die meisten One-Night-Stands beziehungsweise leben in heutiger Zeit bei gutem Aussehen oftmals promisg. Ja, und das ist ja auch einfach, weil hier, wie gesagt, von 18 bis 20 oder hier in diesem Bereich die sogenannten Partyjahre, wo sie die guten Gene sozusagen von dieser unbewussten Strategie sich holen möchten und dann das beste Gen einfangen, was sie mit ihrem eigenen Aussehen anziehen können. Das ist die klassische Hypergamie. Und später, wenn sie dann älter werden und zu sich finden, also nichts anderes als eine Rationalisierung des eigenen herunterfallenden Marktwerts, weil es Aussehen halt auch wie bei der Milch niedriger wird, versuchen sie sich dann den Beta-Versorger heranzuziehen. Das hat der Thomas ja auch nochmal schön hier aufgezeichnet. Das hier mal die Alpha-Kurzzeitige Präferenz von 20 bis 26 und hier bei 27 die Erleuchtungsphase mit der Wechsel zu dieser Sicherheitsphase. Und das ist ja dann genau diese Dynamik, die man immer wieder sieht oder zumindest die Tendenzen. Er schreibt weiter, natürlich nicht alle Frauen, aber seit Tinder ist es für diesen Typ Frau wie in einem Supermarkt. Und in einer liberalen Gesellschaft kann man sich heute als Frau leider noch so schamlos und obszön geben. Die Leute loben sie bedauerlicherweise trotz schlechten Verhaltens weiterhin. Beispiel Onlyfans, Simping und das ganze Zeugs. Das ist ja auch oftmals ein Fall. Man muss ja immer für die nicht alle Polizei hier sagen, ja, es ist nicht alles so. Aber es geht ja darum, dass sie die Möglichkeit dazu haben und die Tendenzen dazu und dass es natürlich auch Probleme gibt, wenn man diese ganzen sozialen Stigmatas, die man früher bezüglich des, ja, hohen, promiskuitiven Lebens hatte, dann einfach mal abstreift. Denn es hat ja alles auch irgendwo mal eine Konsequenz, wie wir schon mal in dem Video zu dem Datingleben der Zukunft besprochen haben. Da wir in der heutigen Zeit digital vernetzt sind und Daten aus dem Internet nicht mehr so leicht verschwinden, war es für ein paar Nerds aus den Reddit-Foren natürlich nicht schwer, auch die echten Identitäten der besagten Damen rauszufinden. Das ist das Problem am Internet, da bleibt nicht alles im Verborgenen. Und wer jetzt erwartet, dass die Damen entweder A, ein Leben als Pron-Darstellerin oder B, wegen der Wohl und diesen miesen Charakters, den die mit Sicherheit haben, keinen Mann mehr abbekommen, tja, willkommen in der Wirklichkeit. Und das ist ja oftmals das, Männer wollen ja primär Frauen mit wenig vorangegangenen Partnern, weil damit oftmals eine erhöhte Vaterschaftssicherheit einhergeht. Weil, wie man hier sieht, Frauen, die sowas in der Jugend machen und ja, mehr und mehr Partner da auch hatten, die haben halt dann später auch Probleme mit der Paarbildung oder dem liegt zumindest eine bestimmte psychologische Tendenz darunter, weil sie ja dann merken, okay, ja, jetzt funktioniert es hier nicht, schmeiß ich einfach schnell die Wurstmaschine an. Hier Tinder, like, 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 und dann können sie ja gleich ihr Lieferando aktivieren und hier jemand herbestellen. Melissa arbeitet für eine angesehene Immobilienfirma als Maklerin. Auf ihrem Instagram-Account erkennt man Partyfotos in jungen Jahren, viele, sehr, sehr viele Selfies und jetzt mit 28? Genau, den Beta-Mann-Typ-Kuschelbär. Beta! Keine aufreizenden Klamotten mehr, obwohl das ihr Aussehen noch locker hergeben würde. Eher so ein bisschen der Typ alternativer Nerd. Wäre keine Überraschung, wenn da bald das erste Kind kommt. Ein duales Doppelleben, wie es kontrastreicher gar nicht schlimmer sein kann. Und das finde ich auch immer so faszinierend, weil dann vor allem diese Kerle, wenn man da mal fragt, ja, wie schaut's denn aus, wie ist der Sexualspiegel in der Beziehung, dass der eben dann ziemlich niedrig im Vergleich zu früher dann war und vor allem, dass der Beta-Versorger weitaus weniger Action kriegt, wie jetzt sie in diesen früherherigen Videos den anderen Alphas in dem Fall gegeben hat. Der kriegt dann oftmals, dieser Beta-Versorger, den Seestern einmal in der Woche, wenn dessen, wenn er jetzt hier diese Videos sehen würde, total entrüstet wäre, weil sie da halt eben weitaus mehr hergibt. Klassische Dynamik. Frauen erschaffen in der Regel Regeln für Betas und brechen sie für die Alphas, die Mr. Sexys, wie man ja sagt. Die liebe Holly hat es sogar geschafft, vom Saulus zum Paulus zu werden. Nur ein kleiner Instagram-Account, der nicht der Rede wert ist. Allerdings hatte sie vor geraumer Zeit einen Gastartikel in einem Familienblog geschrieben, mit dabei viele Familienfotos von sich selbst, ihrer lieben kleinen Tochter, circa zwei Jahre alt und Achtung, einem deutlich älteren Familienpapi als Mann mit spärlichem Haarwuchs und einem breiten Grinsen im Gesicht. Das würde ihm wahrscheinlich vergehen, wenn er hier wirklich diese Vergangenheit auch herausfinden würde. Ob er das noch so machen würde, wenn er von ihrem Vorleben wüsste? Ja, gute Frage. Oder wir Männer sollten uns eher die Frage stellen, wieso jemand, wenn man dieses Vorleben schon kennt, nicht auch mal selber für sich einsteht und solche Frauen nicht mal einfach sprichwörtlich im Regen stehen lässt. Ja, das ist halt oftmals dieses Mangelbewusstsein, was viele Betaisierte oder vor allem auch die Bluepiller dann haben. Diese beiden Männer könnten das mit Sicherheit nicht. Also es ist auch so eine sehr spannende Dynamik, die wenigsten oder sagen wir mal nicht allzu viele haben auch die mentale Stärke, die Red Pill erstens zu verstehen und dann zu internalisieren, weil, wie es der Morpheus ja schon in der Matrix gesagt hat, ab einem bestimmten Alter ist es sehr schwer, Leute abzukapseln, weil sehr viel der eigenen Identität dann auf diesem ganzen Bluepill-Matrix-Schwachsinn fußt und halt häufig dann auch in dieser krassen, drastischen Wut dann resultiert, wenn es hier Probleme gibt oder wenn sie halt hier mental nicht gerüstet sind für solche Sachen. Diese würden wegen der Illusion, die diese beiden Frauen aufgebaut haben, ob jetzt durch Berechnung oder durch die Gene sei mal dahingestellt, sich den rechten Arm abhaken, nur um das Kartenhaus nicht zusammenbrechen hinzusehen, ist genau diese Dynamik. Meistens versuchen sie sich das dann irgendwie hinrationalisieren, aber es ist ja dann oft so schwer, weil sie sehen ja dann wirklich die Matrix freigelegt, der Code sozusagen und deswegen ist es ja so sehr wichtig, wie ich finde, dass man hier die Wahrheit kennt, weil aus meiner Sicht ist Wahrheit immer das beste Mittel, um hier wirklich den Dampfer in die beste Richtung zu kriegen, weil eine Gesellschaft ist irgendwo nur so stark, wie die Prinzipien und die Philosophie, auf der sie fußt und wenn man hier alles auf Lügen aufbaut oder auf so einer beschönigten politischen Korrektheit, haut es dir halt das ganze Haus zusammen, weil es eben nur irgendwo auch aus Sand besteht, dieses Fundament. Frauen wie die beiden gibt es heute noch viel mehr als vor zehn Jahren. Ich erinnere mich mit grauen an 18- bis 20-jährige Arbeitskolleginnen, die im vollbesetzten Pausenraum voller Stolz ihre Bunga-Geschichten zum Besten geben oder Männer unter 1,85 als hässlich abkanzeln. Ja, wo ist da die Body Positivity? Diese Doppelmoral und die mediale Schuldzuweisung sind es auch, die viele Männer, vor allem Junge, zusammenbrechen lassen, die das Spiel nicht mehr spielen wollen, die lieber in völliger Einsamkeit leben, Mictor Monk, als weiterhin zusehen zu wollen. Wie viele Frauen wie Melissa und Holly in ihrer Jugend den Hedonismus leben und im Alter eventuell ein paar Brotkrummeln wie die Männer der beiden hier abbekommen. Und das ist halt auch immer so wichtig, hier dann, wie ich euch schon mal gezeigt habe, auf die Kilometer zu schauen, wie viel eine Frau auch drauf hat. Haben wir ja mal hier oben beleuchtet, denn die Dynamik dahinter ist eben, wie vorhin gesprochen, je mehr Kilometer eine Frau drauf hat, desto mehr Vorbesitzer, ja, Schekev gepflegt, sehen wir auch bei Autos und das sage ich natürlich irgendwo auch zur Provokation, aber es hat natürlich auch ein Wahrheitsgehalt dahinter, weil das halt alles immer korreliert, ja, Persönlichkeitsauffälligkeiten, Borderline, Cluster B, Narzisstinnen, die haben früher Bunga Bunga, weil da kein Elternhaus für Stabilität da ist, deswegen holen sie sich auch Anerkennung durch Männer und all diese Aspekte und dann sind die oftmals auch nicht fähig mit Bindungsthematiken für lange Beziehungen, deswegen sehen wir da öfters mal auch diese Partnerwechsel. Am besten wäre es, wenn man hier auf Tinder dann einfach immer die Kilometerzahl angezeigt kriegt bei den Frauen und für die Frauen bei den Männern, ja, das Statuspotenzial oder ungefähr die Dicke des Geldbordes wäre auch weitaus ehrlicher irgendwo. Ich sehe schon wieder die toxischen Feministen vor meinem Auge, wie sie sich ärgern. Geil. Ist das jetzt aber der wahre Weg des Mannes? Ich denke nicht. Der Weg des Mannes ist der Kampf. Das war er schon immer und das wird er auch immer bleiben. Und der Kampf ist eben nicht aussichtslos. Der Kampf beginnt auch nicht gegen Frauen im Allgemeinen und ebenfalls nicht gegen Frauen wie die beiden Narzisstinnen, sondern mit Erkenntnis. Mit der Erkenntnis, wie wir Menschen im Allgemeinen und Frauen im Speziellen nun mal ticken. mit der Erkenntnis, dass fast jeder Mann, wenn er sich wie hier immer wieder selbst herausfordert und sich stetig für sich selbst verbessert, in der männlichen Dominanz-Hierarchie aufsteigen kann. Der ehemalige Beta kann definitiv zum Alpha werden. Ich habe es in den 2007er und 2009er Pick-up-Jahren selbst erlebt. Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man niemals stehen bleibt, weil die Leute glauben immer, ja, diese Ende-der-Geschichte-Illusion, dass man jetzt einfach so ist, aber auch diese fetten Scrubs, wie man im Englischen sagt, ja, mit Glatze und dicken Bauch, sind ja auch erst so geworden und waren in der Jugend vielleicht mal viel sportlicher, aber irgendwann haben sie halt nicht mehr gegen sich selber gekämpft und sind nicht mehr die beste Version ihrer selbst geworden und letztendlich zu diesen, ja, stattlichen Jabber, der hat's irgendwo und dagegen gilt es halt immer wieder, sich selber herauszufordern, um hier dann letztendlich auch glücklicher zu sein, weil man mit sich selber mehr im Reinen sein kann und diesen Aspekt vom Pick-up fand ich damals auch so krass, nicht, dass man jetzt hier den Frauen hinterher jagt, weil das ist ja oftmals eine Komponente davon, aber vielmehr, dass du mit gleichgesinnten Männern unterwegs bist, das fand ich damals so krass, da gab es ja diese Gruppen noch von RSD, bevor sie die Sellouts geworden sind, wo man in jeder großen Stadt so eine Gruppe hatte, wo du dich mit anderen zusammentun kannst und dann raus zum Pick-up zu gehen. Das Geniale dabei war nicht das Pick-up machen an sich, sondern die Leute, die du dabei kennengelernt hast, die anderen Kerle, waren immer geil unterwegs, vor allem mental und im Punkt Persönlichkeitsentwicklung aufgestellt, wo du einfach da, way of man ist der way of the gang, wie es ja heißt, viel mehr in den Mittelpunkt legen konntest und das ist ja auch ein Aspekt, der vielen Männern heutzutage fehlt, du hast nur noch diese Foren und nur noch alles digital, SMS und der ganze Scheiß. Hier hattest du wirklich eine Offline-Komponente, wo sich Männer mit einem Ziel getroffen haben, zu searchen und zusammen eben was erlebt haben und das ist ja das Wertvollste an dieser ganzen Pick-up-Geschichte und vor allem aus psychologischer Sicht so wichtig, nicht, dass man jetzt hier den Frauen hinterherläuft, sondern einfach, dass Männer, wie gerade gesagt, hier sich in Männerbünden zusammentun, ein Ziel verfolgen und auf der gleichen Wellenlänge irgendwo schweben. Das ist auf alle Fälle eine super Sache, die ja da oftmals in der Pick-up-Kritik runterfällt, auch immer ein wichtiger Aspekt, den man nicht missachten sollte. Die bitterste und schwerste, aber auch die wichtigste Erkenntnis, die man durch die Red Pill bekommt, ist die Art, wie Frauen Männer lieben und sexuell begehren, nämlich nicht bedingungslos. Absolut richtig. Die bitterste aller Mantras sollte man auch nicht als frauenfeindlichen Stoß abschreiben. Und das ist ja auch allgemein, dieser Mythos der bedingungslosen Liebe ist ja einfach Bullshit, weil idealerweise lieben einen nur die Eltern bedingungslos, aber diese bedingungslose Liebe kann man ja nicht auf die zwischenmenschliche Beziehung übertragen. Wenn man jetzt einen Partner hat, der jetzt jemanden umlegt, dann oder das mehrmals macht oder andere Gräueltaten, dann hört ja auch irgendwann mal diese bedingungslose Liebe auf, in dieser Extreme, aber auch im kleineren Aspekt, wenn jetzt, wie heißt es so schön, der Mann nicht mehr der Leistungslast hinterherkommt, fällt die Liebe bei Frauen im Durchschnitt weitaus schneller ab, als es bei Männern gegenüber den Frauen ist. Und selbst bei manchen Männern ist es ja so, wenn sie immer mehr auseinander geht und selber zum Trouble der Hat wird, ja, ist halt da auch oftmals eine bestimmte bedingte Liebe mit drin. Natürlich im Vergleich zu den Frauen weitaus seltener, weil wenn es jeder Mann schlachsen lässt, ein Jahr nur noch chillt, nur noch jammert und all diese Aspekte, vergeht die Liebe weitaus schneller, wie gerade gesagt. Und das ist eben so wichtig, dass man sowas erkennt. Es gibt keine bedingungslose Liebe in der Zwischengeschlechtlichen oder in irgendeiner Beziehung, idealerweise nur bei Eltern-Kind-Beziehungen. Die beste Art mit solchen Erkenntnissen umzugehen ist, von Leuten wie Klaus zu lernen, sich urteils- und wertefrei seine Videos anzusehen und trotz aller Skepsis mal über den Tellerrand zu schauen, hat noch niemanden geschadet, ja. Auf alle Fälle immer alles kritisch hinterfragen, auch das, was ich sage, aber trotzdem ist es ja immer wieder so wichtig, gerade diese Dynamiken zu erkennen, weil sonst diese ganzen Beta-Typen, die total Blupil sind, hier der Depp vom Dienst sind und zwar das Beste kommt zum Schluss kriegen, in Anführungszeichen, aber sie kriegen ja nicht wirklich das Beste, sondern sie sind halt nur diese Nice Guys, die am Ende den letzten Zug machen, aber es ist halt auch die Frage, ob das dann auch wirklich der beste Zug ist, wenn man hier dann ein Auto kriegt mit 20 Vorbesitzern und 100.000 Kilometer drauf, klar sind Frauen keine Autos, darauf kommt jeder, wenn er nur ein bisschen abstrakt denken kann, weil hier geht es ja viel mehr um die Analogie zu der häufigen Partner-Wechselei, es gibt ja oft meist einen Grund dahinter, warum das überhaupt so der Fall ist und vor allem, dass dann die Männer nicht der Depp vom Dienst sind, weil gerade solche Frauen, das korreliert halt leider auch oft, mehr dazu neigen, in diese ganzen Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen zu kommen und wenn es dann nicht mehr um die Liebe geht, sondern ums Finanzielle, gerade diese Männer, wie wir hier gerade besprochen haben, ausgenommen werden, weil das ganze Rechtssystem ja auch hier leider nicht patriarchalisch orientiert ist. Sorgerecht, 80% der Frauen Zuspruch, ja 50% des Zugewinns, stecken sie sich ein und dann kommt ja noch der nacheheliche Unterhalt und so weiter und so fort. Ja, mein Onkel, da kann ich auch eine Geschichte erzählen, der war in England zum Beispiel auch ein total unwissender Bluepiller, hatte da eine eigene Autowerkstatt oder eine Autorausstellung und dann kam es halt zur Scheidung und diese Frau hat ihm bis aufs nackte Hemd ausgezogen, er musste diesen ganzen Autosalon verkaufen, um hier diese holde Dame auszuzahlen und das sind halt auch harte Wahrheiten, die man, wenn man sowas vorher weiß, weitaus besser managen kann und damit kommen wir auch zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch das näher bringen und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch!